An meiner Seite sehen Sie eine Abbildung der amerikanischen Programmiererin Margaret Hamilton. Sie posiert mit dem Source Code, den sie für die amerikanische Mondmission geschrieben hat, in ausgedruckter Form. Das Bild zeigt, wie viel menschliche Arbeit in einem Computerprogramm steckt und was man für Leistungen mit einem Computerprogramm erbringen kann. Aus beiden Gründen sind Computerprogramme wertvolle Wirtschaftsgüter und deshalb muss man sie auch als Rechtsobjekte erfassen. Darüber, wie das funktioniert, sprechen wir heute. Wenn man Margaret Hamiltons Werk in ausgedruckter Form sieht, kann man kaum auf den Gedanken kommen, dass das etwas anderes ist als ein körperlicher Gegenstand, also eine Sache im Sinne von § 90 BGB. Aber natürlich war zu Zeiten von Margaret Hamilton und ist auch heute der Ausdruck nicht das Wichtigste an einem Computerprogramm. Das Computerprogramm ist in erster Linie eine Abfolge von Maschinenbefehlen, die in den Speicher eines Computers geladen wird und dort nur in der Form von Magnetisierung der Speicherstellen vorhanden ist und dann ausgeführt wird von der Zentraleinheit. In dieser Form ist das Computerprogramm sicherlich keine körperliche Sache, keine Sache im Sinne des BGB und da fangen die Probleme mit der rechtlichen Erfassung an und vor allem die Probleme mit der Einordnung von Verträgen über Softwareerstellung und Softwarelieferung in die Vertragstypen des BGB. Zur Zeiten von Margaret Hamilton war agile Softwareentwicklung noch kein Schlagwort. Heute spielt das in der EDV-Branche eine große Rolle. Auch in anderen Branchen versucht man agil zu werden, agil zu arbeiten. Das ist offenbar eine Konzeption, die für die Probleme der modernen Zeit im Bereich der Softwareentwicklung und anderswo gut geeignet ist. Für die Vertragstypenlehre des BGB bringt das wieder neue Probleme. Auch über diese Probleme unterhalten wir uns heute. Das Problem der rechtlichen Erfassung von Software lässt sich in verschiedene Fallgruppen unterteilen. Der einfachste Fall ist der Kauf von Standardsoftware. Etwas komplizierter kann es noch werden, wenn Software auf Bestellung neu programmiert wird. Und schließlich kann man noch als weitere Komplikation den Fall einführen, dass Software zusammen mit Hardware gekauft wird, dass also eine Computeranlage mit darauf zugeschnittener Software gekauft wird. Diese drei Fallgruppen besprechen wir, zumindest im Groben, im Rahmen dieser Einheit. In allen drei Fällen, in allen Fällen, wo es um Softwareerwerb gibt, hat das Ganze natürlich auch eine urheberrechtliche Komponente. Anders als beispielsweise ein Buch kann man Software nur dadurch nutzen, dass man sie kopiert. Sie muss nämlich zumindest in den Arbeitsspeicher des Computers kopiert werden von der Festplatte, damit sie dann ausgeführt werden kann. Und darum ist jede Softwarenutzung auch Anfertigung einer Vervielfältigung. Dem trägt § 69d des Urheberrechtsgesetzes Rechnung. Der sorgt dafür, dass derjenige, der ein Vervielfältigungsstück, also eine Kopie der Software hat, dann auch die Software nutzen und in diesem Rahmen in den Arbeitsspeicher des Rechners kopieren darf. Außerdem wird zu dieser Softwarenutzung in der Regel ein sogenanntes End-User-License-Agreement, EULA, geschlossen. Das ist das, was Sie bei der Softwareinstallation oft anklicken und abnicken müssen. Wir wollen diesen Aspekt nicht in den Vordergrund stellen. Sie sollten aber ihn zumindest im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt die einzelnen Fallgruppen durchgehen. Fangen wir also an mit dem Fall des Kaufs von Standardsoftware. Früher war dazu regelmäßig der Erwerb von Disketten, später von CD-ROMs oder DVDs erforderlich. Und deshalb hat die Rechtsprechung lange Zeit das schlicht als Sachkauf behandelt. Genauso wie den Kauf eines Buchs. Auch da kommt es uns ja letztlich auf den Text an, also auf einen unkörperlichen Gegenstand. Trotzdem sieht man das Ganze einfach als Sachkauf, wenn man in den Buchladen geht und ein Buch erwirbt. Bei der Software hat man das ganz analog gemacht und manche Autoren haben tatsächlich gesagt, Standardsoftware ist als solche eine Sache, weil sie notwendig verkörpert ist. Spätestens seit man Software auch herunterladen und dann installieren kann, wissen wir, Software ist nicht notwendigerweise verkörpert und sie ist als solche, wie schon anfangs ausgeführt, sicherlich kein körperlicher Gegenstand und keine Sache. Für die Lösung der Fälle macht das zunächst mal gar nicht unbedingt einen Unterschied, denn unser Kaufrecht kennt in § 453 BGB den Kauf sonstiger Gegenstände und verweist dafür im Wesentlichen auf die Regelungen über den Kauf von Sachen. Das heißt, es kommen ganz dieselben Vorschriften zum Einsatz, auch wenn wir realistisch sind und uns eingestehen, dass Software nun mal keine Sache ist. Allerdings kann es Probleme gehen, wenn sich dann die Folgefrage stellt, wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer Software kauft, ist das dann ein Verbrauchsgüterkauf. Der Sache angemessen wäre es sicherlich, wenn die verbraucherschützenden Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufrechts auch dem Softwareerwerber zugutekommen, aber die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ist eigentlich auf den Kauf von beweglichen Sachen in ihrem Anwendungsbereich beschränkt und entsprechend auch das deutsche Verbrauchsgüterkaufrecht. Da wird man also eine analoge Anwendung der Regeln über den Verbrauchsgüterkauf auf den Softwarekauf befürworten können, ohne deswegen sich zu der technisch unsinnigen Aussage hinreißen zu lassen, dass Software Sachen sind. In Zukunft wird das auf der Ebene des EU-Rechts klarer geregelt sein, denn zum 1. Juli 2021 sind zwei neue Richtlinien ins deutsche Recht umzusetzen. Zum einen die neu gefasste Warenkaufrichtlinie, die also die bisherige Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ablöst und darin ist ausdrücklich geregelt, dass der Erwerb von sogenannten digitalen Inhalten, also von Software, aber auch von Musik, Bildern und dergleichen in digitaler Form, nicht als Warenkauf anzusehen ist und zwar selbst dann, wenn er durch den Kauf eines Datenträgers geschieht. Da kommt es also richtigerweise auf die Verkörperung auf einem Datenträger oder den Download nicht mehr an. Das Ganze ist immer als besonderer außerhalb des Warenkaufs stehender Vertragstyp anzusehen und dann wird man auch in Deutschland wohl endlich die Auffassung aufgeben können, dass es sich da um einen Sachkauf handelt. Zugleich tragen die europäischen Richtlinien dem Rechnung, dass der Verbraucher trotzdem geschützt sein soll und die sogenannte digitale Inhalte-Richtlinie sieht für den Erwerb von digitalen Inhalten, ganz egal auf welchem Medium und ganz egal im Rahmen welchen Vertragstyps, bestimmte Rechte für Verbraucher vor, die im Großen und Ganzen dem entsprechen, was heute im Verbrauchsgüterkauf vorgesehen ist, sodass der Verbraucher also, obwohl nun klargestellt ist, Software ist keine Sache und deswegen auch keine Ware, der Verbraucher trotzdem nicht im Regen stehen bleibt. Für das noch geltende deutsche Recht wird man also festhalten können, Software ist keine Sache, aber die Regeln des Verbrauchsgüterkaufs können analog auf Software angewendet werden. Genauso wird man dann auch im Rahmen der Gewährleistung sagen können, dass prinzipiell ähnliche Regeln zum Einsatz kommen wie im Rahmen des Sachkaufs, also Paragraf 434 und die Rechte, die daran für den Käufer anknüpfen, gelten auch für den Softwarekauf. Die Informatiker sagen gerne und Softwareentwickler sagen gerne, Software, die absolut fehlerfrei ist, kann es gar nicht geben. Das ist juristisch zunächst mal eine Aussage, die gar nichts bedeutet. Manchmal wird geschrieben, das kann man als Jurist so nicht hinnehmen. Doch kann man schon, man muss nur juristisch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und sich klar machen, ein Mangel im Rahmen des Kaufrechts ist nicht dasselbe wie ein Fehler oder ein Programmunzulänglichkeit im Rahmen der Informatik. Andererseits heißt das, das Programm mag kleinere Fehlfunktionen haben und kann trotzdem im Sinne des Kaufrechts als mangelfrei gelten. Wenn zum Beispiel ein Programm unter ganz besonderen Umständen gelegentlich den Blue Screen of Deaths zeigt, also abstürzt, heißt das nicht, dass das Programm deswegen mangelhaft ist. Das kann etwas sein, was im Rahmen der üblichen Beschaffenheit liegt und deswegen hinzunehmen ist, wenn es eben nur selten vorkommt. Andererseits kann es auch sein, dass ein Programm sogar im Sinne der Informatik mangelfrei ist, also so programmiert, wie sich der Entwickler das vorgestellt hat und trotzdem einen Mangel hat, weil es nicht die Eigenschaften aufweist, die vereinbart waren. Letztlich kann man noch außerhalb der vertraglichen Haftung die Frage stellen, ob es für mangelhafte Software eine Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz gibt. Auch da stellt sich wieder das Problem, dass Produkte eigentlich Sachen sind. Das sieht man beim Produkthaftungsgesetz unter anderem daran, dass die Haftung für Elektrizität besonders geregelt ist, also dass unter mangelhaften Produkten zunächst mal nicht gefasst wird. Trotzdem wird man im Ergebnis auch da wieder zu einer analogen Anwendung des Produkthaftungsgesetzes kommen, solange der europäische Richtliniengeber und der deutsche Gesetzgeber in diesem Bereich keine besondere Haftung geschafft haben. Also zusammengefasst nochmal, Software ist meines Erachtens niemals als Sache zu behandeln. Trotzdem wird man, was den Kauf von fertiger Standardsoftware angeht, zu sachgerechten Ergebnissen kommen können, teilweise durch analoge Anwendung der Vorschriften über den Sachkauf. Die Fragen, wie es aussieht mit anderen Fallgestaltungen, will ich hier nicht in allen Einzelheiten diskutieren. Ich habe Ihnen dazu eine Übersicht gemacht, die ich jetzt einblende. Da stellt sich zunächst mal die Frage, wie sieht es aus mit der Zurverfügungstellung von Software auf Zeit gegen Zahlung einer Gebühr. Das ist ja unter anderem seit Microsoft sein Office-Programm zur Miete anbietet, leidenhaft gesprochen, ein wichtiges Thema. Der Mietvertrag des BGB ist eigentlich auf Sachen beschränkt, sodass auch wieder sich die Schwierigkeit ergibt, dass man nicht ohne weitere Software mieten kann. Man kann sie aber möglicherweise pachten. Wenn Software auf Bestellung individuell hergestellt wird, kann man das eigentlich unproblematisch als Werkvertrag ansehen. Insbesondere die Schwierigkeit, dass das ein Werklieferungsvertrag nach 650 BGB sein könnte, auf den teilweise Kaufrecht anzuwenden ist, kann sich nicht ergeben, weil es eben nicht um die Herstellung von Sachen geht, wenn Software programmiert werden soll. Da macht also die Einsicht, dass es sich bei Software nicht um Sachen handelt, das Leben eher leichter. Ich würde es gern für dieses Video und für diese Vorlesungseinheit bei diesen Hinweisen belassen. Es gibt zwei Fälle auf dem Arbeitsblatt für die heutige Stunde, mit denen Sie das selbst vertiefen können. Arbeitsblatt 2, Fall 1 und 2. Da würde ich diejenigen, die hier aktiv mitarbeiten möchten, bitten, sich vielleicht selbst eine Lösung zu erarbeiten. Sprecher Studierende, die Zugriff auf StudIP haben, können dazu meine Wiederholungsfragen auf StudIP beantworten. Es wird dann ein kleines Video geben, wo ich die Lösung dieser Fälle, so wie ich sie mir vorstelle, noch vorstelle und wo wir diese Grundsätze nochmal anwenden können. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle, gerade als ich mit Schwung in die agile Softwareentwicklung einsteigen wollte, klingelte vorhin das Telefon und hat meine Dreharbeiten gestört. Deswegen gibt es hier einen harten Schnitt und eine etwas andere Perspektive, wenn wir weitermachen. Ich überspringe eine Folie, die ich in den Foliensatz einbeziehe und die Sie im Internet abrufen können über den Handel mit Gebrauchtssoftware. Das ist eher ein Problem aus dem Bereich des Urheberrechts. Und wir wenden uns, wie versprochen, der Scrum-Methodik und dem agilen entwickeln zu. Ich habe Ihnen dazu eine Grafik mitgebracht, die einen Eindruck davon vermitteln soll, was diese agile Softwareentwicklung oder diese agile Methodik will. Es geht darum, dass, anders als bei einem herkömmlichen Projekt im Rahmen des Werkvertragsrechts nicht von vornherein ein bestimmter Leistungsumfang festgelegt wird, der dann vom Auftragnehmer abgearbeitet wird. Stattdessen wird, wenn ein Softwareprojekt agil bearbeitet wird, in ständigem Kontakt zwischen Auftraggeber, der im Rahmen dieser Methodik als der Product Owner, also der Eigentümer des Produkts, bezeichnet wird und dem Auftragnehmer das Projekt weiterentwickelt. Am Anfang hat der Product Owner nur eine sogenannte Product Vision, also eine vage Vision davon, was am Ende herauskommen soll. Das wird mit dem Auftragnehmer vereinbart. Auf Seiten des Auftragnehmers ist beteiligt ein sogenannter Scrum Master. Das ist gewissermaßen der Moderator des ganzen Prozesses und dann die einzelnen Entwickler. Und nun wird in einem längeren Prozess aus dieser Product Vision ein fertiges Produkt, wenn alles gut geht, und zwar in der Weise, dass der Product Owner seine Anforderungen in einem sogenannten Product Backlog niederlegt. Da schreibt er also hinein, was er gerne hätte. Und es gehört zur Scrum Methodik, dass sich dieses Product Backlog ständig weiterentwickelt, also im Lauf der Projektarbeit neue Anforderungen eingeführt werden. Und zwar in der Regel in Form von sogenannten User Stories. Das heißt, es wird beschrieben, was bestimmte Benutzer des Softwareprodukts damit in welcher Weise anfangen wollen. Und diese Anforderungen im Product Backlog, die sich ändern können bis zum Schluss, werden nun in Absprache unter Moderation des Scrum Masters in Absprache zwischen Product Owner und den Entwicklern abgearbeitet in sogenannten Sprints. Diese Sprints sind jeweils einzelne kurze Arbeitsprozesse, in denen einzelne Anforderungen abgearbeitet werden. Die werden dazu zunächst vom Product Backlog in das sogenannte Sprint Backlog übertragen. Das sind dann also konkrete Arbeitsschritte, die vorgesehen sind und dann eben abgearbeitet. Am Ende ist das Produkt etwas besser geworden. Es ist, wie man sagt, inkrementell verbessert, aber eben immer noch nicht fertig. Fertig ist es dann, wenn eben die Product Vision zur allgemeinen Zufriedenheit verwirklicht ist. Soweit die Idee. Wer selbst schon mal Software geschrieben hat, auch nur als Hobby, weiß, dass das für die Softwareentwicklung ein naheliegendes Modell ist, weil man eben beim Entwickeln merkt, was man noch erreichen könnte mit der Software, welche Funktionen noch sinnvoll wären und eben tatsächlich immer wieder neue Funktionen implementiert. Man fängt an mit einem Prototyp, wo das Wichtigste funktioniert und nach und nach baut man weiteres ein. Dieser Zyklus wird durch die agile Methodik verwirklicht und das hat durchaus seinen guten Sinn, passt bloß schlecht zur Vertragstypik des BGB. Darin liegt genau die Schwierigkeit, dass es hier eben nicht einen von Anfang an exakt definierten Erfolg gibt, der dann vom Werkunternehmer herbeigeführt werden muss, sondern eben eine enge Zusammenarbeit zwischen Besteller und Unternehmer. so eng, dass man sich fragen kann, sind denn diese Bezeichnungen noch angemessen? Ist das wirklich im Sinne des BGB ein Werkvertrag oder ist das womöglich ein Dienstvertrag? Das ist das erste und vielleicht das wichtigste juristische Problem, das diese Methodik stellt. Haben wir es mit einem Werk- oder einem Dienstvertrag zu tun und wenn es denn ein Werkvertrag ist, was ist der herbeizuführende Erfolg? Daran schließt sich gleich ein anderes Problem an, das wir hier nicht vertiefen können auf der Ebene des Arbeitsrechts, wenn nämlich die Entwickler des Auftragnehmers ganz eng eingebunden sind in den Betrieb des Auftraggebers und womöglich in dessen Betrieb mitarbeiten, weil eben ständige Absprachen erforderlich sind, kann man sich fragen, ob das Ganze nicht statt eines Werkvertrags, der durch einen externen Unternehmer ausgeführt wird, in Wirklichkeit eine unerlaubte Leiharbeit ist, in dem eben Softwareentwickler vom Auftragnehmer, dem Auftraggeber als Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden und das würde weitere rechtliche Probleme verursachen. Schauen wir uns vielleicht die Probleme, die so etwas, wenn es schlecht läuft und wenn die Vereinbarungen unklar sind, verursachen kann, einen Fall des Oberlandesgerichts Frankfurt an, der vor zwei Jahren entschieden wurde. Eine BGH-Entscheidung ist damals, was man bedauern kann, wenn man gerne die Probleme geklärt hätte, nicht zustande gekommen. Schauen wir uns also den Fall kurz an, Fall 3 auf dem Arbeitsblatt. Da geht es also um einen B, der ein Arbeitsvermittlungsportal für ehemalige Soldaten haben möchte und damit eben einen Auftragnehmer K beauftragt, so etwas zu programmieren. Man kommt in einem sogenannten Letter of Intent, also in einer Absichtserklärung, überein, dass die Scrum-Methodik Anwendung finden soll, dass ein bestimmter Stundensatz pro Softwareentwickler, der arbeitet, gezahlt werden soll und dass man Monat für Monat eben nach dieser Scrum-Methode sich zusammensetzen will und den genauen Arbeitsumfang für den nächsten Monat festlegen will. Dann wird eine Weile in dieser Weise gearbeitet und an irgendeinem Punkt kommen die beiden überein, dass bis jetzt schon 235.000 Euro Werklohn fällig sein sollen. Offenbar ist der Besteller B nicht in der Lage, gleich zu zahlen, denn man vereinbart zugleich Ratenzahlung für diesen schon fälligen Betrag. Dann zieht sich die Sache noch etwas weiter hin, aber B ist nicht in der Lage, die Raten zu erbringen. Schließlich reißt K der Geduldfaden, er setzt Frist und schließlich klagt er auf Zahlung des ausstehenden Betrages von 235.000 Euro. Und es stellt sich die Frage, ob er darauf Anspruch hat. Wenn Sie das klausurmäßig lösen, müssen Sie schon bei der Bestimmung der Anspruchsgrundlage sich entscheiden, ob das nun ein Werkvertrag sein soll oder etwas anderes. Wenn es Werkvertrag ist, wäre die Anspruchsgrundlage 631 BGB. So hat das das Landgericht Wiesbaden tatsächlich gesehen. Das Oberlandesgericht Frankfurt war der Meinung, es komme darauf gar nicht an. Es könne sich um einen Werkvertrag oder auch einen Dienstvertrag handeln. Jedenfalls sei die Klageforderung begründet. Wenn das ein Dienstvertrag ist, dann ist das ziemlich offensichtlich, denn dann ist ja schlicht die geleistete Arbeit ohne Rücksicht auf einen herbeigeführten Erfolg zu vergüten. Und Arbeit ist ja jedenfalls geleistet worden. Die wohl herrschende Auffassung folgt aber insoweit dem Landgericht Wiesbaden und meint, dass so ein Letter of Intent mit einer Product Vision, wenn auch keine ganz klare, so doch eine ungefähre Vereinbarung eines Erfolges, enthält und eben bei jedem Softwareentwicklungsvertrag doch ein lauffähiges Programm am Schluss stehen muss, sodass also ein Erfolg geschuldet ist und deswegen ein Werkvertrag vorliegt. Geht man davon aus, dann wäre, wenn nun Werklohn eingeklagt wird, die erste Frage, ist der denn fällig? Das setzt, wie Sie wissen, im Allgemeinen voraus, dass ein Werk vollendet und abgenommen wurde. Davon kann nun hier keine Rede sein. Das Arbeitsvermittlungsportal ist nicht fertig, ist nicht lauffähig. Trotzdem war das Oberlandesgericht Frankfurt der Auffassung, dass hier definitiv Geld geschuldet ist. Das Oberlandesgericht sagt, man könnte es so sehen, dass das sich schon aus der vereinbarten Methodik ergibt. Es wird ja da jeden Monat beschlossen, was im nächsten Monat geschehen soll. Und es ist eben auch eine Stundenvergütung vorgesehen. Das Oberlandesgericht meint, das könne man so verstehen, dass eben die Beauftragung für den Folgemonat, also die Vereinbarung, im nächsten Monat wird das und das aus dem Product Backlog abgearbeitet, zugleich die Billigung der bisher geleisteten Arbeit darstellt und insofern eine Teilabnahme, aufgrund derer dann auch eine Teilvergütung geschuldet ist. Im Fall war es aber noch einfacher, denn es war ja eine konkrete Vereinbarung darüber, dass 235.000 Euro geschuldet sind. Darin lag also definitiv eine Billigung der geleisteten Arbeit und eine Teilabnahme nach 641 Absatz 1 Satz 2, so das ORG Frankfurt wohl zu Recht. Damit war also prinzipiell dieser Betrag geschuldet. Nun steht in meiner Fallschilderung noch, dass der Auftraggeber gesagt hatte, das Ganze ist für mich nicht brauchbar, insbesondere deswegen, weil die Dokumentation fehlt, sodass ich es auch nicht fertigstellen kann. Das hat das ORG Frankfurt anders gesehen. Es hat gesagt, eine Dokumentation kann sinnvollerweise erst am Ende eines solchen Softwareprojekts erstellt werden und die Teilleistungen, die bislang erstellt wurden, die schlossen eben die Erstellung einer Dokumentation nicht ein und die waren ja in Ordnung, die waren nicht mangelhaft, zu denen gehörte die Dokumentation noch nicht und deswegen stellt das fehlende Dokumentation keinen Mangel der Teilleistung dar und die müssen bezahlt werden. Überdies hat das ORG festgestellt, dass es an einer Fristsetzung für die Nachbesserung gefehlt hätte, wenn man denn von einem Mangel ausgegangen wäre. Auch deswegen konnte hier nicht etwa der Werklohn gemindert werden oder ein Rücktritt erklärt werden, um damit der Werklohnforderung insoweit zu entkommen. Ergebnis also, hier war der Werklohn geschuldet. Insofern hat hier der Softwareentwickler Glück gehabt, der bekommt sein Geld, der Besteller hat Pech gehabt. Das Ganze bietet aber, wenn es nicht genau genug rechtlich geregelt ist, Risiken für beide Seiten. Wir machen nochmal einen Schnitt und wenden uns dem letzten Problem zu, das für heute auf der Tagesordnung steht, nämlich dem gemeinsamen Erwerb von Hard- und Software. Auch dazu habe ich einen kleinen Fall mitgebracht, Fall 4 auf dem Arbeitsplatz. Ich will das, damit das Video nicht zu lang wird, nur knapp anreißen. Es geht hier um den Erwerb einer Graphic Workstation. Ich habe Ihnen ein zeitgemäß älteres Modell hier abgebildet mit zugehöriger Software und es zeigt sich nachher, die Hardware ist der Software nicht gewachsen. Ginge es darum, dass die Hardware schon mit aufgespielter Software geliefert wird, könnte man hier auch daran denken, das Ganze einheitlich als Sachkauf zu behandeln. Aber auch dann, wenn man die Hardware bekommt und die Software dazu, ohne dass sie schon installiert wäre, wird man das Ganze, wenn das aufeinander abgestimmt ist, als einheitlichen Kaufvertrag ansehen. Also nicht als zwei getrennte Kaufverträge, einer über die Hardware, einer über die Software. Das hätte nämlich den Nachteil, dass wenn die Teile nicht zusammenspielen oder eins von beiden nicht funktioniert, der Vertrag über die andere Komponente aufrecht bleibt. Das ist, wie unser Fall zeigt, nicht sachgerecht. Hier ist es so, dass eben die Hardware einen Mangel hat. Die ist nicht unbedingt objektiv fehlerhaft, aber sie passt nicht zu der Bestellung des Architekten. Sie ist für seine Zwecke nicht brauchbar und insofern entspricht sie nicht dem Kaufvertrag. Das führt nun dazu, dass der Kaufgegenstand mangelhaft ist. Tatsächlich ist ja nur ein Teil des Kaufgegenstandes mangelhaft. Die Software ist, soweit wir wissen, ohne Fehl und Tadel. Trotzdem sollte das dazu führen, diese Teilmangelhaftigkeit, dass insgesamt von einer mangelhaften Lieferung und von einer Möglichkeit, den Vertrag im Ganzen zu beenden durch Rücktritt ausgegangen werden sollte, wenn es nicht möglich ist, diese Komponente vertragsgerecht zu machen. Nur das ist interessengerecht, denn ansonsten bleibt der Architekt auf Software sitzen, für die er keine passende Hardware hat oder im umgekehrten Fall, wenn die Software mangelhaft wäre, auf einem Hardwaregegenstand, den er nicht brauchen kann, weil er keine passende Software dafür hat. Also, das Ganze ist ein einheitlicher Kaufvertrag, der einheitlich aufgelöst werden kann, wenn eine der Komponenten einen wesentlichen Mangel hat. Soviel zu diesem letzten Fallbeispiel. Damit sind wir mit der Behandlung der Software als Rechtsgegenstand durch. Ich würde Sie sehr bitten, sich mit den beiden Fällen zu beschäftigen, auch mir Ihre Fragen zu senden, damit diese Vorlesung nicht eine so einseitige Sache bleibt, sondern auch ein bisschen interaktiv wird. In der nächsten Stunde geht es unter dem schönen Titel Goldrausch in Siberia, um die Hoffnung, mit dem Handel mit Domain-Namen reich zu werden. Das ist inzwischen Schnee von gestern, das gehörte zur ersten Internet-Bubble, aber der Handel mit Namen und Kennzeichen im Internet bietet immer noch interessante Rechtsprobleme und weitere Goldrausche im Zusammenhang mit der Entstehung von Internet-Economy werden wir dann in den folgenden Vorlesungseinheiten noch kennenlernen.